Einen schönen guten Tag sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie recht herzlich im May 5 nach Cuxhaven und wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. In Kürze erreichen wir Hamburg-Harburg. In Kürze erreichen wir Buxtehude, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Horneburg, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Stade, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Hammer, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Himmelforten, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Hechthausen, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Himmelforten, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Winxt, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Kadenberge, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Otterndorf, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir den Cuxhavener Bahnhof. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges auf Ihr Hand- und Reisegepäck. Wir verabschieden uns und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. In Kürze erreichen wir Cuxhaven, Ausstieg in Fahrtrichtung links. In Kürze In Kürze In Kürze In Kürze